Hallöchen meine Bärchen, herzlich willkommen bei einem weiteren Part mit Uri and the Blind Forest. So, beim letzten Mal haben wir ja diese neue Fähigkeit Stampfen erlernt. Und damit hier auch diesen einen Gegner besiegt. So, dann haben wir hier noch zwei Energie... Ne, das sind keine Energiedinger. Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Wie heißen die denn? Fähigkeitspunkte? Und die lösen wir jetzt erstmal ein. So, da haben wir vier, da haben wir drei Ultraseelenverbindungen. Das Erstellen einer Seelenverbindung stellt zwei Lebenszellen wieder her. Das hört sich doch ganz gut an. Für den nächsten brauchen wir auch jeweils nochmal zwei. Guck, bei den letzten... Ah. Bei den letzten brauchen wir dann drei. Und hier die letzten zwei. Das wäre auch cool. Okay. Ich hoffe, wir kommen da alle noch überall noch hin. Oh, nein. Ich bin nach oben. Ah ja, wo wollen wir jetzt überhaupt hin? Ich dachte jetzt erst einmal, weil wir da ja nicht irgendwie hinkommen. Keine Ahnung, ob das Dark irgendwie klappen könnte. Gehen wir erstmal hier lang, weil das können wir ja jetzt zerstören. Und nach oben können wir eh nicht. Da haben wir auch alles erforscht. Da will ich jetzt nicht nochmal hin. Ah doch, da können wir nochmal hin. Das liegt ja quasi auf dem Weg. Hallo. Oh nein. Ich greife ja beide gleichzeitig an. Puff. So. Ach, so schön. Und ich habe gar nicht mal so viel geschrieben. Also. Werden wir da... Da werde ich jetzt am Ende von der Story... Hier dieser... Diese ganzen grauen Flecken, die waren noch nicht... Ah. Ich drückte dann da und auf weh. Ich dachte schon, was ist denn jetzt los? Ähm. Werden wir die dann später erkundigen. Und hier. Oh mein Gott, die können wir auch. Aber die sieht so süß aus. Ich will den gar nicht töten. Oh Gott. Autsch. Nein! Oh. Huch. Also wir lassen uns mal kurz töten. Weil wegen diesen Dingern... Da dann zwei Lebensbombe zu verlieren. Ich wusste gar nicht, dass wir nur so wenig haben. Ups. Mitgenommen. Können wir hier irgendwo speichern? Nee. Komm. Spring. Dankeschön. Oh. Nein. Wir hatten es beinahe. Okay. Nächstes Mal werde ich das speichern. Entschuldigung. Entschuldigung. Und schnell. Oh. Da haben wir was. So. Dann haben wir jetzt auch voll. Upsala. Oh. Ich hab mein Handy gar nicht ausgestellt. Egal. Ich hab wohl jetzt vor keiner angerufen. Hey. Okay. So. Jetzt haben wir was aber. Auf geht's. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ähm. Wir speichern hier am besten einmal. Autsch. 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 Okay. Das ist schwieriger als gedacht. Oh. Sehenverbindung. Schön. Ah. Da ist was. Ah. Haha. Gott. Und rüberspringen. Da ist ein großer, aber wir haben nur einen Platz. Von daher ist es irgendwie ein bisschen unnützig. Oh Gott. Eigentlich wäre ich drin gewesen. Das sieht süß aus. Kommen wir da noch hin? Ja. Taps. Oh. Oh. Ja. Dich kennen wir auch noch. Da können wir nach unten. Oh. Oh. Okay. Können wir auch Verstecker gucken. Oh. Es geht da komplett durch. Ah. Wie hat man nicht alles volles Leben gehabt? Oh. 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 Mann. Oh. Gut. Äh. No. Warte. Wir speichern hier einmal. Wer weiß, was da gleich passiert. Oh. 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 Ähm. Okay. Ah. Da kommen wir so hin. Oh. Perfekt. Perfekt. Äh. Wie komme ich jetzt bloß wieder zurück? Perfekt. Sehr schön. Perfekt. So. Können wir hier noch was einsammeln? Ja. Äh. Falsch. Speichern. Oh. Das sieht süß aus. Sehr schön. Jetzt haben wir auch wieder volles Leben. Warte. Wo können wir jetzt hingehen? Da hin. Aber bringt das was? Warte. Wenn wir jetzt nach unten gehen. Na. Da könnten wir noch hin. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich so sinnig ist. Warte. Wir können da. Ah. Wir können nach da weiter gehen. Okay. Kommt nach rechts. Dich wollen wir nicht haben. Oh. Okay. Wir können nach oben und nach unten. Ähm. Gehen lieber nach unten. Oh no. Das war so klar. Niederschmettern an Errungenschaft. Okay. Quatsch. So. So. Was hat es mich da reingeschleudert, ey? Das gibt's doch nicht. Oh. 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 Was sieht so süß aus. Oh. Da war mir der Maus. Ja. Ich erinnere mich nicht noch. Erinnere ich mich noch dran. So. Wo geht's jetzt hin? Natürlich will man nach da oben gucken. Da war man nämlich letztes Mal. Oh. Nicht. Oh. Ah. Ist der Wolf? Ah. Jetzt haben wir eine Energiezelle gefunden. Eine weitere. Das ist ja schön. Dann haben wir das hier oben nämlich auch gefunden. Oh. 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 Da ist was. Ja. Wir haben beinahe wieder eine komplette Energiezelle. Ähm. Will ich keine Zelle? Meine ich. Ach. Da haben wir sie. Eine komplette Energiezelle. Oh. Ich meine, wir können mal nach unten gehen. Ich weiß bloß nicht mehr, was da war. Oh. Was wird das denn? Interessant. Sehr schön. Oh. Wir haben... Oh. Da können wir nicht lang hin. Wir haben wieder zwei Energiezelle. Ähm. So. Jetzt können wir nämlich was weiteres nehmen. Einsammeln wird... 55% erhöht. Ähm. Ultra-Stoß. Erhöhten Schaden. Und ermöglicht es sich... Oh. Sonde blendet? Durch feindliche Formation zu stoßen. Oh. Das ist... Keine Ahnung, wie die funktioniert, aber wir nehmen es einfach mal. Da ging es nicht weiter. Hm. Oh, oh, oh. Ja. Oh. Hoppala. Erstmal verschluckt. Yay. Ähm. Gut. Oh. 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 Das war's. Okay, wir haben jetzt doch fünf. Oh. Oh. Ähm. Ja. Das ist jetzt irgendwie doof. Wir haben jetzt... Keine vier, um das aufzumachen. Hätte ich vielleicht das da unten nicht aufmachen sollen. Das kam jetzt ein bisschen spät. Jetzt ist die Frage, gehen wir nach da hinten zurück. Ja. Können wir auch einmal speichern. Oh mein Gott. Der Stein hat ihn kaputt gemacht. So, das dauert jetzt ein bisschen länger, weil ich muss jetzt einmal noch da hinten, um wieder zu speichern und wieder volle Energie zu bekommen. Blieber, blub. Schups. Und speichern. So, jetzt füllt sich das wieder auf. Die nehmen wir mit. Gut, der Igel ist hier nicht mehr. Aber... Oh, das Ding ist auch nicht mehr da. Okay. Puff. So. Jetzt können wir ganz unbesch... Oh mein Gott. Den habe ich jetzt wieder vergessen. So. Oh. Nein, da wollte ich nicht hoch. Ich wollte da ran. Genau. Und schwupp. Und schwupp. Und da ran. Genau. So. Yeah. Jetzt kommen wir hier nämlich weiter. Wenn ich mich richtig erinnere, ist das der Anfangsbaum. Der aber kaputt ist. Wie soll man denn da hochkommen? Gar nicht. Okay, hier leuchtet nix. Ach. Zu früh abgesprungen. Hm. Das ist der Anfangsbaum. Oder? Ich glaube. Oder ist das der Anfangsbaum? Ich weiß nicht mehr, wo ich gestartet bin. Doch, ich meine, das ist der Anfangsbaum. So. Wo geht's denn jetzt? Wie gehen wir nach oben? Wollt das schaffen? Ja. Da hinkommen wir. Und dann? Hm. Anscheinend können wir da noch nicht weiter. Schade eigentlich. Wo wollen wir denn jetzt überhaupt hin? Ich hab's voll vergessen, wo wir hinwollten. Ähm. Lasst mich kurz schauen. Da kamen wir nicht weiter. Da ist ein Riesengebiet. Und wo bin ich? Walu? Da bin ich. Ah. Da kamen wir aber nicht weiter. Okay. Gut. Heißt, wir gehen jetzt nochmal eben zurück. hin in das grüne Gebiet. Und. Genau, hier können wir überall lang. Und dann gehen wir hier nämlich nach oben. Sup, sup, sup. Und dann gehen wir da hoch. So. Oh. Ich hoffe, wir können da jetzt so rüber. Autsch. Das war scheiße im Sprung. Autschi. Aber wie wir leben. Oh. Den hab ich jetzt vergessen. Nicht schon wieder die Steine. Die hab ich jetzt vergessen. Aber wir können auch oben lang gehen. Nein, können wir nicht. Doch können wir. Oh. Ähm. Das geht natürlich auch. Haben wir da jetzt viel verpasst? Nein, das ist trotzdem offen geblieben. Okay. Dann starten wir so wieder. Dann brauchen wir nämlich ein bisschen. Auch. So. Jetzt. Nach oben. Oh. Oh. Ab. Den einen ausgewichen, den anderen reingerannt. Schön. Oh je. Da war ja was. Halt. Noch nicht hoch. No. Okay. Wir speichern nächstes Mal davor. Weil ich meine nicht, dass es noch einen anderen Weg dahin geht. So. Schnell speichern. Oh Gott. Super. Alter, da können wir doch runter. Ist da irgendwas... Oh Gott, wieso? Ja. Der Sprung war nicht gut, aber egal. Lassen wir das da. So, wo müssen wir jetzt hin? Wir könnten noch mal da lang... Nein. Wir gehen jetzt nach da. Wir kommen jetzt eher noch zur anderen Seite. Ah, okay. Nein, nein, ich nicht. So, ein war das. Genau. So. Oh. Okay. So. Sehr schön. Oh. 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 Rieseneule. Ja. Gut, wir begeben uns noch mal schnell dahin und dann machen wir Schluss für heute. So. Oh. Ben ich hier wirklich? Ja. Oder? Oh mein Gott. Oh, haben wir noch eins. Das war so ein bisschen. Das kleine Viecher immer. So, jetzt. Weiter. Ah, voll getroffen. Oh no. Ach, da muss ich nicht hin. Oh, da kann ich hin. Weil da haben wir ja was. Oh nein. Da war ja was. Okay. Ich werde mich dahin begeben. Dahin. Blink, blink, blink. Dass wir dann das nächste Mal sofort weitermachen können. Und diesen Weg müsst ihr dann nämlich nicht nochmal sehen. Und ja. Da höre ich nämlich jetzt auf. Nein, das ist so. Wir bleiben hier drin. Also werde ich hier überall nochmal lang gehen. Vielleicht werde ich. Nein, das werde ich nicht. Das werden wir zusammen machen. Und ja. Ich hoffe, wir haben nochmal ein bisschen die Map erkundet. Huch. Oh, das leuchtet. Cool. Ja. Und dann sehen wir uns am Samstag wieder. Obwohl ich weiß nicht genau, ob das am Samstag klappt. Weil da. Weil ich da auf einem Geburtstag bin. Und vorher noch arbeite. Also muss ich schauen, wie das da klappt. Aber ja. Sonst wünsche ich euch noch eine wunderschöne Woche. Und einen schönen Abend. Und bis Samstag. Man sieht sich. Bis denne. Tschüss.